Dann hat es für mich so ein bisschen den Anschein, als nutzt ihr die Elektromobilität einfach nur als Medienhype. Und das ist scheiße. Sorry, das ist einfach Mist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Wo stehe ich hier? Naja, der eine oder andere kann es vielleicht schon erkennen. Ich stehe immer wieder an einer Star-Tank-Stelle. Und warum stehe ich in einer Star-Tank-Stelle? Weil es Sachen gibt, womit ich persönlich einfach ein Problem habe. Und zwar haben wir ja in diesem Video über Star berichtet, dass der Weg ja eigentlich ganz cool ist. Also für einen Tankstellenbetreiber, der gerade an den Verkehrsachsen ist und jetzt in Ladeinfrastruktur investieren möchte und aufbauen möchte. Und unter anderem, ich zeige es euch hier nochmal kurz. Sitzgelegenheiten, Mülleimer neben die Ladesäulen stellt. Fehlt eigentlich nur noch ein Dach und vielleicht eine Beleuchtung, dann wäre das Paradies eines Elektroautofahrers komplett. Man baut unter anderem auch HPC-Charger auf. So, und man hat angefangen mit zwei Ladesäulen in Berlin. Einmal in Vogelsdorf und einmal am Adlergestell, am Adlershof. So, und warum ich mich jetzt heute melde, ist, dass ich das Gefühl habe, einfach, das ist für Star offensichtlich nur so eine Marketingaktion. Denn, so, angeschlossen ist er. Jetzt drehen wir die Kamera. Kann man ganz gut sehen, glaube ich, hier, ne, zack, zack, zack. So, Ladevorgang, kostenlosen Ladevorgang starten. Das geht ja nicht, sondern da muss ich ja den Knopf hier drücken. Press Start. So, jetzt müsste er ja eigentlich anfangen zu laden und die Säule, die Säule fängt auch an zu arbeiten. Die fängt auch an zu temperieren oder zumindest laufen dann die Lüfter höher. War gestern Abend schon mal hier und sie geht einfach nicht. In der Tankstelle kann dir keiner sagen, was mit dieser Säule ist. So, das ist die Säule in Vogelsdorf an der B1. Und mir ist es egal, ob der Ladevorgang kostenfrei oder ob der nun irgendwie kostenpflichtig ist. Es geht darum, dass man hier offensichtlich eine werbewirksame Aktion gestartet hat. Man hat eine Pressemitteilung rausgegeben, hat gesagt, ja, wir steigen ganz groß da ein. Wir machen da Vollgas. Und wir als Interessengemeinschaft haben jetzt einfach mal mehrfach nach einem Interview angefragt. Also einerseits, als die aufgebaut wurden, als es groß rauskam, da hat man uns höflich aber bestimmt abgesagt. Ist okay. Vielleicht sind wir zu klein. Wer weiß. Zwei Wochen, drei Wochen später, als die ersten Probleme mit den Säulen auftauchten, dass einige gewisse Fahrzeuge daran nicht laden können, haben wir das nächste Mal angefragt. Da kam keine Reaktion. Dann wieder ein paar Wochen später haben wir nochmal angefragt. Und da kam dann eine höfliche Absage mit dem Verweis darauf, dass einige Fahrzeuge halt leider an deren Säulen noch nicht laden können, weil noch Software-Sachen ausstehen. So, und nun sollte man dazu sagen, Leute, ganz im Ernst, für wie doof haltet ihr teilweise die Elektromobilisten? Ja? Meint ihr nicht, dass die, die die ersten ein bis zwei Prozent in diesem Land sind, die sich mit Elektromobilität auseinandersetzen, dass die schon sich so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen? Plus, ganz nebenbei, ich habe hier an der Säule auch schon geladen. Damals hat es aber ganz komische Geräusche gemacht, so als wenn man so zwei Drähte nicht so richtig miteinander verbindet. Immer so ein Britzeln dazwischen. Und sie kam halt maximal auf 20 kW. Also rein rechnerisch. Die zeigt die kW ja nicht an, aber rein rechnerisch. Sie zeigte beim Ioniq, ich glaube, er hatte 40 Prozent noch drin und er wollte mir was von knapp einer Stunde Restdauer anzeigen. Und da habe ich dann abgebrochen und bin zu einer anderen Säule gefahren. So, aber gut, das ist jetzt eine Säule. Jetzt springen wir mal rüber zum Adlergestell nach Adlershof. Mal gucken, wie es dort aussieht. Ich bin jetzt mal fix an der Ladesäule in Adlershof. Und jetzt gucken wir doch mal, ich nehme euch direkt live mit, ob die funktioniert. Und man kann es sehen, wie man sieht, sieht man nix. Ich kann ja mal einstecken. Gut, dass keiner sagt, ich hätte es nicht versucht. Also, die ist komplett abgeschaltet. Da passiert nix. So, und jetzt mal allen Ernstes. Star. Ihr hättet die Möglichkeit gehabt, mit uns zu sprechen, euch zu erklären. Vielleicht ist ein ganz simples Problem, was dahinter steckt. Aber wenn mehrere Interviewanfragen einfach abgelehnt werden, wenn man aber einen riesen Medien-Bohai darum macht, dass man plötzlich in die E-Mobilität einsteigt, diese Säulen dann eine, zwei, vielleicht drei Wochen funktionieren und dann abgeschaltet sind oder nicht funktionieren oder nicht die volle Leistung bringen, die Leute in der Tankstelle von nichts wissen, nicht wissen, wie ist der Stand um Reparatur, wann wird sie wieder funktionieren, wann wird sie nicht funktionieren, was ist nun effektiv defekt, wie geht es weiter, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann hat es für mich so ein bisschen den Anschein, als nutzt ihr die Elektromobilität einfach nur als Medienhype. Und das ist scheiße. Sorry, das ist einfach Mist. Das macht man nicht und wir wollen nicht unbedingt den Finger in die Wunde legen. Wir würden gerne über positive Sachen berichten, aber wenn ich dann hier auf so etwas treffe, dann wird mir halt einfach schlecht. Das nur mal ganz kurz und alle Zuschauer, bitte schreibt unten in die Kommentare, wo habt ihr vielleicht, wann seid ihr auf Ladesäulen von Orden respektive von Star gestoßen oder kennt ihr noch andere Anbieter, die eurer Meinung nach gerne das Medienecho nehmen, gerne als der große Held der Zukunft dastehen, dann aber wiederum nichts machen. Schreibt es uns in die Kommentare und wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was wir noch so entdecken und wenn wir, wo wir den Finger in die Wunde legen, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. Ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin Brandenburg und ich sage für heute Ciao.